Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht es um das Thema Logarithmus. Logarithmus ist eine Möglichkeit eine sogenannte Exponentialfunktion zu lösen. Also wenn wir den Logarithmus anwenden, können wir hier nach x auflösen. Hört sich kompliziert an, aber das ist ja auch schon das Ergebnis. Ich werde euch in diesem Video jetzt zeigen, wie man eben bei dieser Exponentialfunktion auf das x kommt. Einmal durchprobieren, so haben wir es bisher gemacht, und dann eben mit Hilfe des Logarithmus. Schauen wir uns das Ganze einfach mal gezeichnet an. Das ist also der Graph dieser Exponentialfunktion. Exponentialfunktion heißt ja, wir haben eine Variable oben im Exponenten. Also diese grüne Linie ist hier der Graph von dieser Funktionsgleichung. Und es könnte jetzt ja eine Aufgabe sein, was ist, wenn y gleich 8 ist. Also wenn wir uns das grafisch vorstellen, wir wissen y ist gleich 8, das heißt wir fangen hier an, gehen hier rüber, wissen dann, beim Graphen müssen wir nur gucken und dann senkrecht runter gehen. Dann können wir den x-Wert davon bestimmen. Natürlich können wir den x-Wert auch durch probieren bestimmen. 2 hoch 1 gibt 2, 2 hoch 2 gibt 4, 2 hoch 3 gibt 8. Ist ja gerade 2 hoch 3. Das hätte man auch rauslesen können. Viel schwieriger wird es, wenn wir zum Beispiel dran stehen haben, wann ist das y gleich 5 bei dieser Aufgabe. 5 ist gleich 2 hoch x. Hier geht nichts mit probieren. Beim Graphen, wenn wir das Ganze angehen, also wieder beim y gleich 5 rüber und senkrecht beim Graphen runter, können wir den x-Wert zwar ablesen, nur in unserem Heft funktioniert das sehr, sehr ungenau. Ich habe hier ein Geometrieprogramm, der spuckt mir natürlich den richtigen Wert aus. Aber wer hier genau an dieser Stelle auf 2,32 kommt, der muss schon sehr, sehr viel Glück und Genauigkeit besitzen. Vor allem muss dann auch der Graph 100%ig richtig gezeichnet werden. Also hier kommt man zwar auf x gleich 2,32, aber das kommt man eben nicht durch ablesen. Und dafür gibt es eben die Möglichkeit des Logarithmus. Wenn ich eine Funktion habe, die wie folgt ausschaut, a hoch x ist gleich c, oder eine Gleichung, a hoch x ist gleich c, dann kann ich das umformen nach x, denn x ist in dem Fall nichts anderes als der Logarithmus von c zur Basis a. Also, das nochmal ausgesprochen, x ist der Logarithmus von c zur Basis a. Erstmal wissen wir noch gar nicht, was wir mit dem anfangen sollen, aber was wir in dem Video können müssen, ist quasi diesen Term äquivalent umformen auf diesen Term. Es gibt quasi das Gleiche. Rückwärts ist es übrigens auch wieder, es ist eine Umkehraufgabe. Das heißt, wenn ich diese Aufgabe dran stehen habe, kann ich das wieder so zurück umformen. Ich kann mir hier merken, das was hier in dieser Aufgabe die Basis war, das bleibt auch hier die Basis, also das was unten steht. Dieses c wandert hier hin und die Aufgabe war es ja, nach x aufzulösen. Schauen wir uns das Ganze konkret an. Hier würde das bedeuten, dass x ist gleich der Logarithmus zur Basis 2 von 8. Oder der Logarithmus von 8 zur Basis 2. Hier würde man auch anfangen mit x ist gleich der Logarithmus von 5 zur Basis 2. Auch hier hat man die Basis 2. Schauen wir uns das Ganze mit einem Exponenten an, der eben nicht nur x heißt, sondern x plus 1. Hier würde es bedeuten, x plus 1 ist gleich der Logarithmus von 625 zur Basis 5. Also sich immer merken, das was quasi die Basis und unten ist, war auch in der Aufgabe davor die Basis. So kann man das quasi umrechnen. In dem Fall kommt x ist gleich 3 raus. Wie man das Ganze dann berechnet, das werde ich euch in der nächsten Stunde zeigen. Jetzt ist erstmal wichtig, die Umformung zu kennen, wie man quasi mit dem Logarithmus aus dieser Gleichung diese Gleichung macht. Ein paar Besonderheiten müssen wir uns noch merken. a muss größer 0 sein. Als Gegenbeispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel minus 2 für a einsetze, minus 2 hoch x und es soll dabei 8 rauskommen, geht das ja nicht. Wenn ich nämlich hier hoch 3 nehme, kommt minus 8 raus. Aus a habe ich das Problem, dass a nicht größer 0 sein darf, äh a größer 0 sein muss und nicht kleiner 0. Gleich 0 darf es auch nicht sein, weil 0 hoch x kann ja auch nicht 8 sein. 0 hoch irgendwas wird immer 0 ergeben. Deswegen muss mein a per Bedingung einfach größer als 0 sein. a darf auch nicht 1 sein. Schauen wir uns das Beispiel an. Wenn 1 hoch irgendwas, 1 hoch x gleich 8 zum Beispiel sein, dann wird das auch nicht funktionieren, weil 1 hoch irgendwas wird immer 1 ergeben. Genauso muss mein c größer als 0 sein. Beispiel 2 hoch x, also wir nehmen wieder das von hier oben, ist und in dem Fall minus 2. Hier kann nichts Negatives rauskommen. Deswegen ist auch das hier verboten. Genauso ist es verboten, hier 0 zu setzen. Denn 2 hoch irgendwas kann nicht 0 ergeben. 2 hoch 0 ergibt ja gerade die 1. Diese drei Bedingungen sind an unseren Logarithmus geknüpft. Diese drei Bedingungen und das daneben geht eben nicht. Und was wir uns dann noch merken müssen auf die nächste Stunde, der Logarithmus von x zur Basis 10, das wird auch der 10er Logarithmus genannt und den schreibt man als L g x. Etwas schwieriges Video, eindeutig. Denn das Einzige, was wir heute gelernt haben, ist, wie man aus einer Gleichung mit a hoch x gleich c, wie man da nach x auflösen kann. Das ist das Einzige, was wir dazu wissen müssen vorerst. Wie man dann da mit dem Taschenrechner bzw. mit echten Gleichungen arbeiten können und welche Gesetze man da anwenden darf, das erfahren wir erst in den nächsten Stunden. Wichtig heute ist es, dass ihr es verstanden habt, wie man aus a hoch x gleich c nach x auflöst, mit Hilfe des Logarithmus und welche Bedingungen an a und an c geknüpft sind. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss! Bis zur nächsten Stunde. Tschüss!